es gibt sie das ist jetzt nicht fast schief sondern mc hammer sind sie die vw vendetta was ist das das erkenne ich nicht so jetzt mal gucken brett mistakes and regrets single guitarist bestest drama fuck you guys I'll just do it myself you're not this fucking band dancing in the desert blowing up the sunshine to make harder fully you may tell me as our december son is setting because I'm not who I used to be deathcap love is watching someone die so who's going to watch you die I don't want to excite Mike and all I want to use the message beep my dreams difficult to kiss because I don't get sleep in some yeah trust a man tablet you all right yeah everything is alright eight years ago and it still feels like yesterday the pain is only gets worse and miss you dead trolls I'm more than a bargain for you yeah I've been trying to tell you anything you want to hear cause that's just who I am this week for boy my one and only steve das ist ja was auch Alex was mit dem passiert was mit dem passiert was mit dem passiert was mit dem passiert es ist die let's will guide you home and ignite your bones I will try to fix you quickly people change memories don't allow you are this to die with the sun ich glaube wir haben sie verletzt ungewollt ungewollt ich wollte sie erklären naja gut ich bin trotzdem immer dieser goofy head goofy head oder so goof o that's okay was 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 just been going through a lot lately okay n n Wenn sie sagt, sie macht viel durch und sagt, es ist alles in Ordnung, aber sie sagt dann, man muss über Dinge reden, dann ist nicht alles in Ordnung. Dann bricht gleich der dritte Weltkrieg aus. Das ist das, was passiert. Oh shit. Okay, schon. Es ist ein bisschen unsicher, aber man weiß nicht, wo was jetzt genau passiert. Was ist passiert? Ich habe nicht mehr gesehen. Ich wollte wieder bei den Punkt werden. Oh nein, dieser Name. Oh shit. Oh shit. Hier, ich weiß nicht, was los ist. Das ist halt wirklich so. Wenn Leute auf mich zukommen, wir sollten über etwas reden. Und ich so. Und ich so denke. Und ich denke dann so, na scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Komm, komm, komm jetzt wieder irgendwelche Vorwürfe, die, die gar nicht stimmen? Wie so oft in meinem Leben? Was ist passiert? Da kommt sowas. Ich denke, es ist wegen letztes Jahr. Seitdem sind Dinge ziemlich komisch geworden. Seitdem ich dich besuchen kam. Ich bin wirklich ehrlich zu mir, Jörn. Hattest du Gefühle für mich, wenn ich dich besucht habe? Wenn ich dich besucht hatte? I really liked you. Maybe I don't know. No, not really. Ich bin vage. Und vage antworten so. Oh. 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 Und why didn't anything happen between us? I didn't want to mess things up. There wasn't a good time. Das war kein guter Zeitpunkt. Das ist immer so eine Ausrede, die hat man, wenn man... Wenn man... Wenn man nicht die Eier dazu hat, ja. Ich weiß nicht. Wäre diese Situation... Ich weiß, es hat vieles zu tun mit... Wäre, wahre, hätte ich diese Situation gehabt. Aber trotzdem. Hätte ich diese Situation... Ich habe Emma, mit der habe ich es verschissen. Und sie hat mich besucht und, ähm... Ich habe mir vielleicht so gedacht, hm... Das ist mit Emma... Ähm... Mal gucken, wie es sich mit Emily entwickelt. Und dann hat man sie getroffen und hat sich so gedacht... Ne. Eigentlich... Eigentlich möchte man das nicht. Man möchte sie als Freundin behalten. Alter! Ich wollte... Ich wollte es nicht verkacken. Oder die Dinge durcheinander bringen. Du hättest... Den Anfang machen sollen. Wo ich sagen muss... Es ist legitim. Warum muss immer der Junge... Den ersten Schritt machen? Frauen sagen immer... Wir wollen gleich Berichtigungen. Aber dann selber kein... Aber dann selber nicht... Ja, das ist halt das, ne. Ähm... Aber das war gerade echt fies. Wie hat das den ersten Schritt machen sollen? Wobei... Oh scheiße, ich hätte es genauso geschrieben. Wenn du was von mir willst, dann machst du den ersten Schritt. Ganz einfach. Warum ich? Ich... Ja, doch nur. 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 die kürzliche sich die stelle zu ich will die kriegt die schulde auf mich selber wenn irgendwas passiert ja das ist immer die antwort das ist Oh Gott, das ist immer dieselbe Antwort, nein du hast nichts falsch gemacht, nein, nein du hast nichts, das ist das, weil Menschen denken, man müsste jemand anderes keine Schuldgefühle geben, obwohl es vielleicht anders ist, vielleicht denkt man in dem Zeitpunkt, nein du hast nichts falsch gemacht, aber, Leute, ich möchte euch von draußen sagen, wenn, 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 wenn euch mal, irgendwann mal jemand fragt, ob, äh, er etwas falsch gemacht hat oder sie etwas falsch gemacht hat, dann denkt nach und denkt drüber nach, stimmt es oder stimmt es nicht, seid ehrlich zu den Menschen, vielleicht mag ich sie verletzen, aber besser so als, als irgendwas vorzulügen, der ist niedergekommen, I just felt like if we ever had a time, it was then, it's just made me feel different here Different in what, I'm sorry, hmmm, es tut mir leid, warum, was sollte mir jetzt gerade leid tun, dass ich einen Schritt gemacht habe Nein, just make me feel differently Different in what A bad way Want to keep in touch? Are we still friends? Oh yeah, we'll be the same. Aber das ist schwierig. Wir müssen in Kontakt bleiben. Sind wir noch Freunde? Sind wir jeweils die Alten sind? How is still friends? Möchtest du in Kontakt? Alter. Want to keep in touch? Möchtest du noch Kontakt? Ich würde diese Frage nicht stellen. Wenn ich ich wäre. Ich hätte zu große Angst, dass die Antwort kommt, dann das Abrechen. Oh, we still have friends. Can I notice that ever? Will we ever be the same? Well, we have to be the same. We have to be the same. I have to be the same. Meine Antwort, kein Problem. Ich bin ein Tool, was heißt das, ein Tool, ein Werkzeug? Wir sprechen alle Zeit, wir hangen auch manchmal. Haben Sie hier nur noch mal. Hey, wir wollen die Räden stimmig miteinander. Haben wir gleich noch mal. Oh, du Penner! Du Penner! Oh! Scheiße, aber ich würde es genau so machen. Fuck. Shit. I'm sorry, I don't think I can do this right now. What do you mean? We're talking right now. Wir reden nicht miteinander, wir schreiben! Meine Güte. Auf Gott, goes for one anyways. Ich werde mir Tage gehen leider. Ah, Schuss, ja. oh 2006 2006 war ein schönes aber ein tolles ja meine damalige hochzeit oh ja oh ja high school musical cars 300 what the fuck is this i don't even know was das was das für ein bild also wieder durchgucken kommen wir mal schulst als tag der koma stuck in an der wendig sleep someday i will wake up and realize i made up everything sense is fair i just really need to take some time and find myself i'm not my mistakes this is an evil tablo girl mation was pretty quick please run the tumble so shovel just a man when i was a young boy my father took me to the city to see a marching band just can't do it anymore i need to get away was the peace that for me rest in peace fuck chariess is actually fuck thank me on some father christine of innovator and 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 trip what and trip we know what the fuck is this president of synergy applications make your business work for you it's not about ideas it's about making ideas happen excited my awesome watch this ship is taking me far away far away from the memories of people who care if i live if i live for die use that is too short to wait this is the time for of your life but you just can tell life is too short to wait redago get where is looking for a band to those i've wronged let's play one more song i just want to break you down so badly in the worst way taking back sunday hmm rosetta stone lovely it's hard to argue when you won't stop making sense but my tongue is still misbehaves and it keeps digging my own grave we've walked from this dark room for the last time the past is just dead everybody has signed in okay uh... hey yon kalt kennt ihr das wenn so ne fuchs wenn so ne konversation so richtig kalt anfängt und so ich lockere ab oh so checken bacon it's good oh yeah sehr ekliges interesse an uns verloren das ist so ein richtiges 0815 gespräch es hat keine bedeutung es hat keinen tiefgang es ist einfach nur small talk mit einer person der nichts mehr bedeutet und ich mir viel bedeutet das ist doch das beste was man kriegen kann als antwort fragen wir sie was sie heute abend vor hat oder nirgendwo 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 Das wirft mich zurück. Das ist... Ach Gott. Ich verstehe Schild Chaos jetzt. Ja, ich verstehe ihn sehr gut. Fuck. Ich hatte diese Situation schon ein paar Mal. Ein paar Mal trifft es gut. Das war... Oft. Oft. Ich würde sagen... Ich würde es negativ finden, tatsächlich. Och, joo. Es war so schwer, weil... Wir uns so um den Dücken gekehrt... Oh Gott, das tut mir leid. Oh mein Gott. Es ist... Es ist... Es ist... I don't care. I'm not great. Well... Schneemoto. Oh nein. Was nach zwei Jahren erst. Ernsthaft. Darum... Deshalb ist die Böse. Alter, hätte ich... Die scheiß Tastatur... Die Tastatur ist schuld. War ich auch so sehr auf drei gedrückt... Da bin ich schon auf zwei. Das ist was der jetzt. Oh, Kerl. Ja, innerhalb von... Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier jetzt hocke. Eine Stunde? We had some good times. Na. Unterdrück. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gut. Nächste Folge. Bärenstil. Wird bestimmt witziger als das hier. And now, I'm going to shot myself down.